Ein 3 zu 0 Auswärtssieg gegen Kaffeeberg. Punkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das hat die Mannschaft heute in eindrucksvoller Weise getan. Sie hat nicht nur auf dem schweren Boden hier versucht, spielerisch zu überzeugen, sie hat auch in kämpferischer Hinsicht alles gegeben. Ich habe weder ein Gespräch oder auch noch einen Vertrag unterschrieben, es sind halt Spekulationen und ich äußere mich sehr ungern zu solchen Sachen. Der Mario Haas ist für mich natürlich, ich sage jetzt nochmal, er ist für mich ein Spieler, wenn der bei Sturm keinen Vertrag kriegt und er noch Fußball spielen will und das hat er mir bestätigt. Und das ist irgendwie möglich. Er ist für mich ein Spieler, der ganz einfach auch jungen Spielern helfen kann. Und das ist irgendwie möglich.